Adi, alol, liebe Freunde, wieder zu Dark Souls 2. So, ich hab mich ein bisschen informiert, aber nicht, wo es lang geht, nee. Sondern, äh, also schon, wo es lang geht, aber wo es, woanders lang gehen könnte. Beziehungsweise, wo das, weil ich hab echt keine Ahnung, es geht um die Rüstung, die ich unbedingt haben möchte, aber nicht finde. Die ist nämlich hier. Können wir da eigentlich jetzt durch? Ist das vielleicht die ersehnte Tür? Hm, ähm, so, ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben. Wo ich stehen will, ist da hinten links, aber wir haben da noch nichts gekillt. Okay, das kam, ähm, ich weiß nicht. Wir können, wir können es mal versuchen, einfach. Also, ich sag mal so, sterben sollten wir nicht unbedingt. Wir sind ja... Okay, sterben, äh, sterben tun wir trotzdem. Wir sollten also wieder vorsichtig rangehen. Ich dachte, ich dachte jetzt, wir haben das ganze Bürgchen erobert. Das kann uns nix mehr anhaben. Falsch gedacht, wir spielen nämlich immer noch Dark Souls. Falls es mir entgangen ist. Ja, mir selber. Ah, Gott. Goddammit! Dann locken wir mal den alten Haudegen her. Eigentlich könnten wir... Wenn der immer abhaut. Jetzt hier ein Blitzchen. Naja, das wird so nicht funktionieren. Das seh ich schon kommen. So, ich hau die schon. Ja, da darfst du auch zurückhauen. Oh, da macht der wirklich. Ja, nee. Scheiße, das wollten wir ja nicht machen. Deswegen hier kurz Pause machen. Schön einen heben. Und dann wieder zurück. Am liebsten würde ich hier... Wird sowieso voll schwer, weil... ...hier links der Pisser ist. Dann nach rechts. Einzigste, was ich versuchen könnte, wäre... ...durchrennen. Dann wirklich... Boah, jetzt haben wir nämlich was wir wollten. Und jetzt rennen wir so schnell, wie es nur geht. Das hat geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Oh Gott, das ist... Ohne Witz, ich hab nicht gedacht, dass es so leicht... ...gehen würde, dass es so gut geklappt hätte. Jetzt rennen wir nämlich einfach durch. Oh. Okay. Okay. Fallen hier runter. Und hier haben wir die Rüstung schon. Und, und, und. Ich weiß, hier war ein Leucht... Ja, ein Leuchtfeuer ist hier auch. Danke. Oh Gott, wir haben's. Wir haben's geschafft. Wir haben eine Rüsi. Wir haben sie. Okay. Okay. So, ich präsentiere Ihnen... Ähm... Würde ich mal sagen, sind die wie die... Ähm... Ähm... Elite-Ritter-Rüstung. Aber jetzt haben wir... ...die volle Ausrüstung davon. Finally, we got it. Yay! Aber, äh... Wir gucken mal, was es hier unten noch so gibt. Ähm, ja. Wir gehen... Ach, der schon wieder. So. Ja, das tun wir. Gandalf. Ich mag Duggenhilder, aber ich will kein... Äh... Ich will den Sandbro bleiben, deswegen. Und kein Darkbro. Ähm... Das ist Sunbro. Darkbro. Aber wenn das seine Rüstung war... Tut ja mir schon fast leid. Wer war da aber dann, der... Typ? Dem diese epische Rüstung gehörte. Wir wissen's nicht. Ähm... Was wir aber jetzt machen wollen... ...len... ...ten... Ich such's gerade, ist der Wald. Nicht der hier. Wo... Wobei... Wir haben irgendeine Art Prinzessin gerettet. Die Frage ist, was jetzt? War es eine der Feuerhüterinnen? Äh... 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 Nein. Also wird... Die Vierte auch so eine alte Hexe sein wie ihr. Okay. Reisen... Jägerhain. Nein, zum Jägerhain nicht. Wo ist denn das? Tür des Pharaos. Heiligengrab. Ich find... Ah, das ist es doch. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Äh. Ich hab echt keine Ahnung, wohin damit. So, äh... Schattenwald. Wenn ich mich irre, ist links der falsche Weg? Ne, warte mal. Das hier wär jetzt der richtige Weg. Wir müssen hier lang. Glaub ich. Oder? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal erstmal da lang. Eigentlich könnten wir auch noch die schöne Rüstung hier ausbauen. Die Seelen dazu haben wir. Material haben wir größtenteils. Wir könnten uns voll epic machen. Voll epic machen. Wir machen uns epic. Wir machen uns, wenn schon, epic. Epic sind wir. Haben wir. Und du sagst? Nope. Ach Gott, äh... Dann nehmen wir den doch mal kurz ab. Und dann sehen wir aus wie ein Mensch. Ja. Und wie voll der Nicht-Mensch sind. Boah. 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 Ich hab aber so auch keine Ahnung, wohin. Was sagt ein... Der Ring an sich? Scheiß. Wir können eine Gruft... Aber was für eine Gruft... Aber was für eine Gruft... Würde ich eine Gruft... Eine derartige Gruft kennen, würde ich ja da mal hinmarschieren, aber... So, hab ich jetzt keine Ahnung, was gemeint sein sollte. So, hab ich jetzt keine Ahnung, was gemeint sein sollte. Hm. Wir haben die singende Olle besorgt. Also, wir haben die... Die Frau... Geholt. Wir haben es der Olle nicht besorgt. Boah, das war wahrscheinlich der flachste Witz, den ich jetzt je gebracht habe. Ohne Witz... Dafür müsste ich bestraft werden. Aber richtig SM-mäßig. Boah, wahrscheinlich hört es sich jetzt auch noch so an, als würde ich das... Als würde ich daran gefallen haben. Reussplatz? Mittleres Schloss Drang Lake. Ansonsten die Türen. Die einen Türen. Komm, dahin porten wir uns auch mal. Äh, Königstor... Königs... Unteres Schloss Drang Lake... Königstor. Havels Rüstung! Mh, Mh, Mh. Boah, 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 boah. Hört mir auf, SMS zuzuschicken, weil ich schreibe keine SMS. Ne, das funktioniert natürlich, ne? Will ich ausholen, seid ihr Trotzdem mit einem Zweihänder Irgendwie seid ihr dann schneller Und unterbrecht und so fort Aber wenn ich draufhauen will Nein Lassen wir nicht zu Wir hauen trotzdem weiter drauf Ja Äh Ich hab echt keine Ahnung Wohin Außer hier hoch zu den Dödels Wir müssen jetzt so oder so hier hoch Weil ich meine Seelen wieder haben will Boah Klappt doch Hatte ich hier irgendwas an den Türen verändert Stimmt wir könnten eigentlich mal zum Geist Wieder gehen Nur mit den Türen ist alles gleich geblieben So, hau zu Bam Und gute Nacht Die halten irgendwie mehr aus als der eine von unten If you know what I mean Ah, deswegen Unser Backstab hat's wahrscheinlich nicht richtig getroffen So, wir wollen zum Geistlein Jegliche Info holen Die wir Da ist ein Türchen aufgegangen Ne, das Türchen war schon offen, oder? Dus Das ist hier Ich bin Ich bin Ich bin Okay, aber wenn du sagst... Ah... Okay, noch mehr? Hä? Du redest schon die ganze Zeit mit uns? Warst du denn irgendwie Alzheimer? Wieso aussieht dir... Ah, eine Geste... Mir ist was aufgefallen... Das ist die Rüstung! Das kennen wir doch schon! Kennen wir doch alles schon! Ah, von dem bekommen wir die Sachen... Die haben wir aber ja schon! Äh... Pfeile... Ne, das sind Bolzen... Nein, das sind Pfeile! Okay... 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 Ich geh jetzt trotzdem mal hier wieder hoch... Warum ist der eine Thron im Licht... Und der andere im Dunkeln? Das Licht... Das Dunkel... Ah, und es geht... Wir können keinen Boss töten, ohne dass wir nicht wissen, wo es dann lang gehen kann! Dann sind wir immer wieder das ganze Spiel nochmal am Absuchen! Ich würde mal sagen, äh... Pissen wir uns wieder... Richtung... Leuchtfeuer... Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht wo lang! Mal zurück zur... Gesangsstelle... Was haben wir denn hier? Äh... Zur fallende Ruine... Gebetsturm... Wir könnten hier mal hingehen... Aus dem alleinigen Grund, dass die... Äh... Wir haben ja quasi deren Dämonen jetzt getötet... Und was sie davon so halten... Dass wir sie halt getötet haben... Der Weg dahin war ja auch nicht so schwer... Nur ein paar... Esslische... Amphibien... Und Natzen... Und das war's auch wieder... Also... Okay... Mit euch fangen wir an... Ich denke mal wirklich, dass das die schwarzen Ritter sind... Beziehungsweise vergleichbar... Mit den schwarzen Rittern... Einfach weil... Schau mal... Allein an der Uniform erkennen wir... Dass... Die zum Schloss gehören... Und... Ja... Ich rede ein bisschen langsam, weil ich... Ein bisschen Angst habe, dass da jetzt irgendwie was losgeht... Ich wusste es doch... Und der nächste... Danke... Und jetzt du... Ja... Ja... Was? Das war's? Ja... 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 Oh Gott... Ja... Manchmal brauchbare Information... Ja... Ich würd mal sagen... 20 Minuten sind fast wieder voll... Informieren wir uns ne Runde... Tschüssikowski!